So, Herr. Warum stehen Sie in der Ecke? Ich brauche mehr Hardware. Ich habe Ihnen doch erst einen neuen PC verschrieben. Was brauchen Sie denn noch? Vier Bildschirme. Dann hätten Sie zwei mehr als Herr Schmidt. Wollen Sie wirklich, dass er wieder eifersüchtig wird? Gut, dann drei Mäuse. Drei Mäuse für zwei Hände und einen Cursor? Zwei Tastaturen. Was sind Sie? Ein Oktopus? Okay, ein USB-Stick. Okay, aber nicht mehr als 16 GB. Und bitte, erzählen Sie es nicht, Herr Schmidt. Boah, ich glaube, der crasht Windows. Was? Wieso bevorzugen Sie andere Patienten, Dr. Bauer? Warum bevorzugen Sie nicht die Tür? Warum bekomme ich kein USB-Stick? Ich schicke Sie beide zum digitalen Detox ins Archiv. Akten zitieren. Echt cool. Dann schalten Sie Ihren scheiß PC doch einmal aus und wieder... Nein, das ist nicht der Ausknopf! Natürlich ist er das. Wenn das der Ausknopf Ihres PCs sein soll, was ist dann der Andeutknopf? Der Selbstzerstörungsknopf. Sie haben in vier Jahren noch nicht einmal auf den Knopf gedrückt. Nein, bin ich lebensmüde? Dann ist das jetzt Ihr erstes Mal. Wollen Sie mich verarschen? Selbst das Symbol sieht aus wie eine Bombe. Drücken Sie den Knopf. Ja, drück endlich auf den Knopf. Oh ja, echt, Mann. Drück endlich auf den Knopf. Hallo? Alter, drück endlich den Knopf. Ich zähle jetzt von drei runter. Drei. Nein. Zwei. Eins. Genau. Gut, dann kommen Sie halt nicht mehr ins Internet. Dr. Bauer. Wie? Wie zur Hölle? Ey, psst. Brauchst du eine WLAN-Karte? Wie war das Gerrit? Woher? Woher? Ich war das Gerrit.